Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends mit mir, dem Chris. Und ihr seht es, wir spielen Midlay mit Swain. Dem neuen Swain, das ist mein erstes Mal mit dem überarbeiteten Swain. Ich hoffe, das wird hier überhaupt was, ich hab keine Ahnung, was der kann. Ich hab mir nur die Spells einmal kurz vorher angeguckt. Und ich weiß auch jetzt nicht wirklich, was man hochskillt. Ähm, ja, ich skille einfach mal die cool als erstes. Ich weiß, das ist schon falsch, aber egal. Aber so aussehen tut er ja eigentlich ganz nice. Deswegen, ähm, muss hier gerade nochmal kurz was einstellen. Äh, ich glaube, ich stelle jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ähm, ja. Dann läuft das auch flüssiger. Aber mein PC ist nicht mehr der neueste. Ist jetzt auch schon vier Jahre alt oder so. Müsste auch mir langsam mal einen neuen anlegen. Sieht das alles ein bisschen schwammig aus, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob ich das so lassen soll. Ja, lass mal einfach mal so. Man gewöhnt sich dran. Obwohl, Leute, ich weiß nicht. Wollen wir das so lassen, oder? Ne, Mittel muss schon, muss schon drin sein. Aber dann ruckelt es halt ein bisschen. Aber man sieht auf jeden Fall den Unterschied. Ich hoffe, das läuft trotzdem flüssig. Vielleicht leckt es auch nur jetzt beim Spielen. Und in der Aufnahme ist es dann flüssig. Das weiß ich nicht. Wow, den ersten Minion haben wir schon mal bekommen. Da bin ich stolz drauf jetzt. Das schreibe ich mir in mein Tagebuch. Was ich nicht habe. Aber der geht mir jetzt schon auf den Sack. Wow, hat er eine richtig große Range. Die Q von mir. Oh shit, nigga. Okay, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Sonst wäre ich... Das Video wird jetzt wahrscheinlich instant gesperrt, ey. Das sollte nicht rassistisch rüberkommen. Das sollte einfach nur... Das sage ich manchmal so. So, jetzt habe ich meine W. Die macht jetzt so ein komisches Auge. Warum auch immer. Als ob das nicht... Die Q ist ja mega kurz, ey. Das hört Marcel öfters, dass es kurz ist bei ihm. Wenn ihr versteht. Wow, ich habe getroffen. Wow, das macht sogar relativ viel Damage. Wenn das trifft. Das hat aber auch eine richtig lange Castzeit. Also... Das ist schon Level 3. Was ist denn mit dem, Alter? Ich weiß noch nicht so, wie das Mana mäßig mit Swain jetzt aussieht. Ob das irgendwie Probleme hat oder macht oder so. Konzentriere mich auch gerade aufs Farm. Das ist tot. Oder? Nee. Okay. Er hat sich geflasht. Vor allem, er setzt auch nochmal Ignite auf mich ein. Glaube ich. Weiß nicht, was so schlau ist, mit ihm zu skillen jetzt. Oh, Alter, hat der Luck, ey. Ich könnte mich jetzt flashen und den killen, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich verkacke, ist ziemlich hoch. Wir haben die eigentlich im Jungle, da habe ich noch gleich geguckt. Jax, okay. Ich muss sagen, es macht Spaß, den neuen Swain zu spielen. Ist mal was anderes. Ich werde jetzt doch schon ein bisschen Schiss vor mir. Oh, Botlane rasiert unten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das hoch zu skillen. Aua, 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 und ich glaube auch nochmal rein, ey. Hey, was für ein vollidiotisch bin. Hä, als ob... Hat er den ja gerade hingesetzt, oder konnte ich das gerade damit aufdecken? Das wäre ja mega krass, wenn ich das damit aufdecken kann. Aber ich glaube, der hat ihn gerade erst hingesetzt. Aua, Aua, Aua. Flasch hat er ja eher eingesetzt. Scheiße, eigentlich wollte ich den Minion damit bekommen. Aber ich gehe jetzt mal lieber weg, bevor der Jax hier gleich noch ankommt und mich von ihm nehmen will. Oh, die Backport-Animation ist ja mega sick. Wenn uns das hier vorgeschlagen wird, holen wir uns das doch erstmal, oder das? Was soll man sich denn als erstes kaufen? Ich glaube, wir gehen erstmal auf das hier. Auf das hier vor allem auf Ludens. Holen wir uns noch ein Tränchen und dann geht es wieder auf die Lane. Oh, das Spiel läuft ja einstens mal. In den letzten Tagen hatte ich eher so Pech mit den Teams. So, die Pinks, äh, der Ton, der Ton von den Pinks ist irgendwie trotzdem noch weg. Jetzt habe ich seit ein paar Tagen, dass die Pinks einfach nicht mehr da sind. Warum auch immer. Keine Ahnung, woran das liegt. So. Solltet trotzdem noch ein bisschen klarkommen. Und wie die Ulti funktioniert, habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Wie das von sich geht. Ich weiß nur, dass hier seit neuestem überall diese Raben sind. Wenn man Swain spielt. Ich könnte meine Ulti jetzt einsetzen. Weil vorhin, als ich das getestet habe, konnte ich meine Ulti nicht einsetzen. Oh, was wartet der denn da? Wo kam er denn jetzt auf einmal her? Er hat sein erstes Item da auch schon fertig. Sein Stab. So, was will er jetzt? Oh, da ist ein Jax. Easy. Easy. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber... Ich habe ja nicht mal Mana verloren. What the fuck? Wie OP, Alter. Heftig. Ich habe absolut keinen Plan, was ich da gerade gemacht habe, Leute. Aber ihr habt es gesehen. Der ist auf jeden Fall explodiert. Es freut mich. Und ich habe nicht mal Mana verloren. Weiß nicht, ob ich da oben eventuell was machen kann. Den G. Geht er mal hoch. Ja, der ist tot. Nice. Kann er sich auch ruhig vielleicht nehmen. Kann er ruhig nehmen den Kill. Das ist natürlich mit Lame-Miss. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, die kriegen wir mal ganz schön auf der Fresse da unten. Ich hoffe, das leckt nicht im Video so wie in der Aufnahme jetzt gerade. Ich hoffe, das läuft besser dann. Oh, Viktor will er sich die Kills holen. Ich hoffe, die bleiben das safe. Ich gehe auch mal lieber runter. Mein Ulti ist auch bald schon wieder ready. Oh, das riecht nach Kills gerade. Das riecht hart nach Kills. Oh, shit, alter. Wo kommen die denn alle her, ey? What the fuck? Das kam ein bisschen unerwartet, dass die auf einmal alle da waren. Ich dachte, das sind nur zwei oder so. Easy. Ah, schade, meine Kuh leider nicht getroffen. Die E ist halt krass OP. Auch wenn die einen ziemlich hohen Coolorn hat. Boah, ey. Schon ein Blutrausch hier. Ich muss mich auch gerade ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Vielleicht kann ich den jetzt gleich wieder ranziehen. Und wieder getroffen. Und noch ein Kill. Nice. Drake. Alter, Swain ist ja mega krass OP, alter. Ist ja mega heftig, ey. Mit diesem Ranziehen, das ist richtig krass, ey. Auch wenn der Viktor jetzt gerade pusht, ist mir egal. Drake ist viel wichtiger. Das ist mir jetzt scheißegal. Obwohl ich hoffe, dass er jetzt eigentlich... Ach, schade, nicht getroffen. Aber die... Oh, 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 Leute. Pass da auf, die Wayne. Ah, hat... Doch, vielleicht hat sie noch. Ach, schade, wollte ich mir noch eins snacken. Ein paar Tauern können wir uns ja natürlich jetzt auch schön holen. Hat ja eh nicht mehr so viel Leben. Ja, Viktor, scheiß drauf. Wir haben Drake... ...ein Kill und ein Tower bekommen. Scheiß auf den Mid-Tower. Das war auf jeden Fall viel besser für uns. Und diese Backboard-Animation, alter. Krasser Scheiß, ey. Also, das Wayne gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Als vorher. 3000 Gold, alter. Auf einmal, ey. Krass, ey. Ja, vielleicht ist das jetzt mal ein Champion, den ich mir ein bisschen mehr gönne jetzt. Ist auf jeden Fall krass. Er wird auch ziemlich oft gebannt. Das war eigentlich ziemlich glücklich, dass ich den jetzt spielen konnte. Deswegen. Ich bin Level 9, ey. Waros ist gerade mal Level 6, ey. Heftig. Ich verstehe nicht, wie der Viktor immer noch weniger Farm haben kann als ich. Obwohl er die ganze Zeit alleine war. Boah, ist ja hier auch noch mal Ludens fertig. Megagut. Aber ich verstehe das mit diesen Raben hier an der Seite noch nicht. Greifen die dann an, wenn ich mein Ulti mache, oder wie ist das? Schade nicht getroffen. Ach ja, der Tower ist ja weg. Scheiße. Oh, fuck, hier sind voll viele, ey. Okay. Ich habe trotzdem noch einen bekommen. Drei gegen eins und ich kriege trotzdem noch einen. Ey, alter, heftig. Heftig. Jetzt werde ich mir auch ein schönes Leben holen. Da habe ich jetzt zwar schön den Gold gegeben gerade, wer auch immer den Kill bekommen hat. Ich glaube, Viktor, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Viktor hat den gekriegt. Steht der da unten. Aber drei gegen einen und trotzdem noch einen gegönnt. Wahrscheinlich hätte ich da auch alle bekommen können, wenn ich wüsste, wie es Wayne jetzt funktioniert. Aber das war doch ganz gut eigentlich. Eins gegen eins getauscht. Ja, ist schon heftig. Ist schon heftig, muss ich sagen. Boah, dieser Trash-Skin ist mega sick. Auch wenn ich Trash nicht mag. Also vom Champion her. Aber der Skin ist mega gut. Hey, hallo Wayne. Das sind meine Minions. Hey, was ist eine Fotze? Die steht mir alles. So, jetzt kann ich ja auch ruhig mal warnen. Erstmal lachen. Die hat leider keine so große Range. Oh shit, Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, mein Ulti ist noch nicht ready. Oh shit, der hat alles gedodged gerade. Holy shit. Was hat ihm gerade so viel Damage gemacht? Hä? Wie hat er denn jetzt, als ob er drei Kills in dem einen Fight bekommen hat? Ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wenn das jetzt doch noch... Er sah so gut am Anfang aus und jetzt... Es geht doch schon wieder so den Bach unter gerade. Ich weiß auch nicht, wo der auf einmal herkam. Ich dachte, die waren da zu zweit. Mega komisch, Alter. Viktor war doch gerade noch mit Lane. Der tp hat ja nicht, ne? Hä? Was zum Fick? Ja, jetzt geh doch da hin, Alter. Versucht ihn doch jetzt zu steilen. Ey, er macht gar nichts. Er macht nichts. Leute, ey. Der Galio, what the fuck, Mann. Der spielt so passiv? Was zum Teufel? Der Varus Jitter mit, äh, 200 HP und keiner geht hin, ey. Läuft. Läuft. Wirklich. Boah, die sind alle auf einen Punkt, ey. Jetzt können wir jetzt uns hier durchpushen und Drake, wann kommt der wieder? Eine Minute. So, ich hoffe, Renekton pusht in der Zeit Top Lane. Ich hoffe, das gewinnen wir hier. Ich hab keinen Bock, hier schon wieder zu verlieren, unnötig. Ja, Wayne, geh ruhig in den Tower rein, ist kein Problem. Oh, der Victor macht schon krass Damage. Ist ja schon heftig. Eigentlich können wir jetzt echt alle top gehen. Obwohl, Drake ist gleich da. Heute sind wir aber alle zusammen hier oben. Da setze ich mal trotzdem lieber am Watt hin. Was war das denn gerade? War das Rakans Stimme oder wie der heißt? Boah, macht das Damage, Alter. Ja, die Welt macht aber auch krassen Damage, wenn die trifft. Auch wenn die ziemlich lang zum Karsten braucht. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Boah, wer die rasiert, ey. Alter, wer die rasiert. Wie hat's, ey, Victor schon wieder geschaffene Dreifachtötung hinzubekommen? Boah, macht der Damage, Alter. Scheiße, ey, kann ich nichts mehr machen. Ich dachte, die Wayne hat den auch... Was hat denn die Wayne zu... Hä? Die hat ja nicht mal den Victor bekommen. What the fuck hat die da gemacht? Ich habe das nicht mehr gesehen eben. Ich dachte, dass sie wenigstens noch den Victor bekommt, aber jetzt hat sie gar nichts hinbekommen, Alter. So. Scheiß auf Schuhe. Erstmal mehr Items kaufen. Ey, ich dachte, die Wayne kriegt da wenigstens noch den ein, ey. Aber nein, ey. Hat man mal einmal Hoffnung ins Team und dann direkt wieder Enttäuschung, ey. So, ich glaube, ich hole mir auch als nächstes Sonjas, weil der Victor geht mir extrem hart auf die Nerven mit seinem Scheiß, ähm... Dingens. Wie heißt das? Das ist ein Burst. Der burstet hart rein, ey. Was ich schon wieder... Der Cardio spielt auch so heftig passiv, ey. Ja, okay. Er ist tot. Ich habe nichts gesagt. Ich gucke, aber schon hart damage und hat nur zwei Sekunden cooldown. Aber hat halt null Range. Ich habe kein TP oder so, dass das Problem jetzt... Ich bin kein Top-Lainer. Oh, die sind... Die sind auch alle wieder so low, ey. Team? Ja, was machst du denn da alleine? Er geht alleine rein und fragt sich, warum er stirbt, ey. Jetzt fielten wieder alle hart rein, ey. Ja, soll ich da machen. Ich kann ja nichts mehr machen. Ja, lass mich ruhig alle alleine. Wow. Wow, echt. Krass. Okay. Dass das jetzt noch so bergab geht, hätte ich nicht gedacht. Ich wusste nicht mal, was ich gerade gecatcht wurde. Das war mega komisch gerade. Ey. Ja, soviel zum Thema. Das sieht ganz gut aus. Ähm. Im Moment sieht gerade gar nichts gut aus. Dass wir das noch so aus der Hand geben, hätte ich nicht gedacht. Wir haben am Anfang richtig hart gecatcht. Richtig hart. Ähm. Wie sage ich jetzt? Wie sage ich mich das jetzt? Wow. LOL. Mit dem Auto-Attack. Mit dem Auto-Textil, die Wayne, die Drake, ey. LOL. Hä, wie... Das erwartet die so eine große Range, dass sie über die ganze Mauer schießen kann. Das ist ja auch krass. Ja. Ja. Wenn wir jetzt mal einen richtigen Teamfight wieder auf die Reihe bekommen würden, dann könnten wir das theoretisch eigentlich noch machen, aber wenn wir alle Sachen vernünftig treffen und nicht alle total dumm reingehen. Oh, der ist sowas von tot. Bam. So, schön. Einen rausgecatcht. Am besten direkt so weitermachen. Oh. 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 Jetzt schießt gleich schon wieder da. Boah. Der Damage. Und der Victor ist auch endlich mal draufgegangen. Können wir natürlich den Tower pushen, auch wenn der G jetzt wiederkommt. Vielleicht treffe ich ihn mit meiner Ehe. Das wäre ganz geil. Weil er kommt gar nicht. Er hat Angst vor uns. Ja. Ich glaube, ich greife die Tower mich an, weil mein Lootens Meter weit auf den G aufgegangen ist. Ja. Geht euch rein, Leute. Anstatt den Tower zu pushen. Oh. Leute, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Das war eigentlich ganz gut jetzt gerade wieder. Auch wenn ich Angst habe, dass die jetzt den Baron machen. Wo ist denn die scheiß Krabbe? Deswegen mache ich die erst mal lieber. Das pushen die gerade schon wieder mit lane durch. Jetzt gehe ich mal lieber back und hole mir auch endlich mal meine Schuhe. Danach hole ich mir auf jeden Fall Sonias. Oh, das wäre auch krass. Das wäre auch krass. Wie? Ist ja schon wieder gestorben, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich hole mir die Maske. Was ist das hier eigentlich? Das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Ja, holen wir uns erst das. Warte ich noch kurz die paar Gold ab. Ich hoffe, die brauchen jetzt keine Scheiße. Das ist eine neue Seite, ne? Habe ich noch nie gesehen. Seit dem Update. Habe auch in letzter Zeit wirklich gar nicht AP gespielt. So wirklich. Ja. Alter, der Victor. Der ist der einzige, der von den Leuten was kann. Von den Gegnern. 11 Kills. Sonst kann halt von denen eigentlich keiner was. Wenn ich ehrlich bin. Wayne, geh doch da nicht so rein! Jetzt wundert sie sich. Oh, der macht der Damage, Alter. Oh Mann, ey. Ja, renn ruhig nochmal rein. Ist kein Ding, ey. Okay, seit der Livestee aber trotzdem unnötig. Ist hier gerade nochmal reingerannt. Alter. Alter, ey. Wieso rennen die denn alle rein? Wir waren zu dritt? Ja, 3 Baron für die. Okay. Wer hat den Barrel bekommen? Oh, der Gegner. Ich dachte, ich habe den echt mit meiner W gestealt. Das wäre zu krass gewesen. So schön, um wahr zu sein. Aber wenn es ist, haben wir da noch zwei bekommen. Victor und den Jax. Dass sie jetzt nicht wirklich durchbüchen können. Oh, nice. Drake spawnt auch in 50 Sekunden. Wieder Bergdrache, ey. Warum denn immer Bergdrache, Mann? Vielleicht werde ich mir jetzt erstmal wieder Blue holen. Ich hoffe, dass... Wer danach nicht schon wieder so... Das ist wieder so ein Hin-und-Her-Game. Ich hasse das. Das ist mega spannend immer. Ja, die Wain muss echt mal ein bisschen in der Backline stehen, ey. Die pusht so hart rein. Also, meiner braucht man echt nicht viel mit, äh, Swain. Muss ich sagen. Oh, jetzt kann ich hier nicht lang gehen, weil die da durchbüren... Die E könnte eigentlich ein bisschen länger sein, finde ich. Oh, der Tower da. Oh, die holen sich Drake, ne? Ja. Oh, es war klar, dass der da auch einen Ward reinsetzt, ey. Komm, wo ist die Wain mit dem Auto-Attack, Alter? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was? Wo, wo sind alle? Die verpissen sich alle und rennen weg. Das wäre ein easy fight gewesen, Leute, ey. Ey, guckt euch das an. Das ist das größte Rotz-Team, was es jemals gab, ey. Ganz ehrlich. Sowas von schlecht, dieses Team. I pinged unter. Ey, das wäre ein easy fight gewesen, ey. Alle rennen weg. Oh, das ist verloren. Das ist echt noch verloren, Alter. Ich spiel dieses Spiel nie wieder in meinem fucking Leben, Alter. Größte Rotze, die es jemals gab, ey. Wer spielt, die sind scheiße überhaupt noch. Ich deinstalliere das Spiel gleich direkt, ey. Direkt wird das deinstalliert, ey. Yo, ist klar. Ja, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Komm, seht euch das an, ey. Das wäre so ein easy game. Und die verkacken das sowas von hart, Alter. Ich habe den Victor richtig auseinandergenommen in der Mitte. Und dann wieder sowas, ey. Wie kann man ein Spiel nur so hart wegschmeißen, ey? Ja, kümmert euch ruhig nicht um die Minions. Erstmal auf die anderen... Ach, Leute, ey. Alles klar. Fickt euch alle, Alter. Ganz ehrlich. Ne, das ist echt... Ich glaube, ich gebe LOL auf, Leute. Ich habe echt keinen Bock mehr auf so eine Rotze. Das ist echt... Vielen Dank.